ARD Text im Auftrag von Funk Hey Mirina, ich bin Martin Feinberg Wir spielen ein bisschen Hearthstone wieder mal Level 16 bin ich Und was spiele ich da so 90% der Leute mit Ranged Druid Äh Druid Jamann, so ist der Hugo Das war's Ähm Ja, momentan die Meta ist recht cancer Man darf es auch sagen Sie haben sich ein wenig genervt und nicht die ganze Zeit so Ocherons aber ob es besser wird Okay Ja Ja Was ist das für eine Taktik Ich müsste diesen machen oder ich könnte fast das Gewitter machen und jetzt irgendein Scheiss kommt Was ist das Und er ist fast geforced Äh gut, da kann ich auch auf ein Ja Weiss doch nicht Ich bin sehr viel zu müde für das irgendein Game aber ich habe jetzt gefunden wenn wir noch ein Video lassen Ich kann ja nicht sehen dass ich nie Was ist das man Was ist das für eine Taktik Fuck you man Was ist das für eine Taktik Was ist das für eine Taktik Was ist das für eine Taktik Es ist eine Taktik Was ist das für eine Taktik was ist das für eine Taktik Hashtag! Okay. Gut. Okay. It's a little cancer deck. Hehe. Fuck you. Alright, it's the hit. Ja, ich bin hübsch wie die Nacht. Ich bin hübsch wie die Nacht. Okay. Ähm. Ja, kommen wir auch normal, oder? Ja, ja, kommen wir scheiß zu. Oh. Scheiß drauf. Oh, meine. So machen wir es. So machen wir es. So machen wir es. Woooo. Hooray. Sehr gut. Schönen Moment. Schönen Moment. Hä? So machen wir es. So machen wir es. Das war der Midrange-Draman. Ganz kurzes, schnelles Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ober rechts könnt ihr abonnieren. Ich hoffe es geht euch gut. Ich hoffe es geht euch gut. Euer Marc, euer Wim. Ich hoffe wir sind. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Weißt du schon was. Vielen Dank.